Yo Leute jetzt Willkommen zu einem neuen Video Heute mal ein bisschen sondeln auf dem Spielplatz Wir sind hier auf dem Spielplatz Ich habe einen Metalldetektor Ich werde den jetzt mal anschalten und ein bisschen gucken wie ich finde Da war was Ich bin mit Wir werden mal kurz graben gehen Bis gleich So jetzt graben wir 6 cm So hier irgendwo was sein Hier ist aber nichts Hier ist aber nichts Hier soll es angeblich sein Ich guck jetzt mal Ich hier mal finde So warm Digga So Ich seh hier nichts Okay ich muss hier jetzt sein Ich seh hier aber auch nichts Ne Ist nichts Nein das nochmal Das nochmal bleiben Da ist nichts Leider ist noch nichts gewesen Wir schauen dann Gucken mal im nächsten Fund So und jetzt schlägt es an Na ja da schlägt es an Da ist sowas Das ist Metall Das ist der erste Fund für heute Dann gehen wir wieder so Und da schlägt es an Da ist ein Am hier Deckel Nehm ich auch mal mit Ich spreche erstmal Müll Zweiter Fund So habe ich gerade 5 Cent gefunden Die lagen da unten 5 Cent Erster Fund Erster guter Fund So So Hier ist einer Steht nichts an Da Ist ein Müll Nehm ich mit Leute es geht weiter Ich such weiter Da hat es angeschlagen Da Das sind 4 cm Da 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 ist was Was ist das? Was ist das? Was ist das hier? Oh ein Löffel Lol Ein Löffel Was ist das Was ist das Vielen Dank.